Information zu IC 10047 nach Berlin Hauptbahnhof über Stendal Abfahrt 17.54 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist eine Streckensperrung. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu IC 140 nach Amsterdam Zentral über Hannover Hauptbahnhof Abfahrt 18.01 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist das Warten auf Anschlussreisende. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RE 50 nach Hildesheim Hauptbahnhof über Braunschweig Abfahrt 18.14 Uhr fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RE 30 nach Hannover Hauptbahnhof über Leerte Abfahrt 18.14 Uhr heute von Gleis 8. Ich wiederhole RE 30 nach Hannover Hauptbahnhof über Leerte Abfahrt 18.14 Uhr heute von Gleis 8. Information zu ICE 20078 nach Berlin Ostbahnhof über Berlin Hauptbahnhof Abfahrt 18.18 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist eine Streckensperrung. Wir bitten um Entschuldigung.